Das ist, ähm, ich seh sie gerade nicht, versteht sie denn, ähm, unsere Grafikerin nämlich, die Sarah. Die Sarah hat, ähm, nämlich sämtliche Artwords gebastelt irgendwie von allen drei EPs, die wir das da draußen haben. Einen Riesenapplaus für Sarah. Ich muss das sagen, jetzt von der allerersten Demoplatte, der heißt Free Minds. humor, in the charcoal blend, with a pulp of your arm. If this is what you want, why are you still dreaming, instead of living your life. If this is what you want, why are you still dreaming tonight. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020